Das ist generell was, was jeder immer für sich quasi hier im Hinterkopf behalten kann oder muss, wenn er in die Berge geht, wenn er draußen unterwegs will. Wo sind meine eigenen Grenzen? Auch in dem Sinne, in welcher Spielform ich hier unterwegs bin. Bin ich mit Sauerstoff oder ohne? Habe ich eine warme Jacke dabei oder nicht, wenn ich jetzt hier in den Alpen unterwegs bin? Wo ich dann sagen muss, okay, vielleicht muss ich da einfach früher umdrehen wie jemand, der eventuell mehr Erfahrung hat, eine andere Ausrüstung hat. Und das muss ich eben respektieren und muss da wirklich für mich selber diese Entscheidung finden und nicht quasi schauen, was alle um mich herum machen. Weil wenn ich das in dem Moment gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht hier und könnte hier einen schönen Podcast aufnehmen, sondern würde ich sicher da oben noch sitzen, wenn ich da einfach zu lange quasi mich in die Schlange gestellt hätte. Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wird euch präsentiert von Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Reiseträume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-meer.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an Berge und Meer. Ja, liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hallo Urlaub, dem Urlaubs- und Reisepodcast von Prisma. Und ich begrüße heute ganz herzlich den lieben David Göttler. Lieber David, wohin schicke ich die Grüße gerade? Bei dir weiß man es nie so richtig. Auf irgendeinen Achttausender dieser Welt? Nein, Spaß beiseite. Wahrscheinlich gerade nach Chamonix, richtig? Genau, hallo Stefan. Im Moment im Winter in Chamonix und im Sommer dann in Spanien und dazwischen, genau, auf Expeditionen meistens unterwegs. Aber da gibt es leider oder im Moment, ja, on and off quasi gute Internetverbindungen. Ich weiß nicht, ob das da jetzt schon so möglich wäre, so ein schönes Podcast aufzunehmen. Ah, okay. Das ist meine Challenge. Das können wir uns vielleicht für die Zukunft irgendwann mal aufheben. Sehr gut. Du bist Höhenbergsteiger, du bist auch ausgebildeter Bergführer, du bist Vortragsredner. Aber ich glaube, vielmehr kann man sagen, du liebst einfach das Draußensein. Ist das so? Ganz sicher. Ich habe das damals, bin in München aufgewachsen, mit meinen Eltern irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Quasi Abenteuerurlaube, immer draußen zu sein. Wir waren, ich glaube, das erste Mal habe ich in einem Hotel übernachtet, als wir damals in der, was weiß ich, 10. Klasse Deutschlandfahrt irgendwie gemacht haben. Und davor war ich immer nur im Schlafsack, in Zelten, mit dem Camper draußen unterwegs, in den Bergen eben meistens. Und so bin ich da hingekommen. Und ja, ich liebe alle Spielformen, die es da draußen gibt. Also wir sind ja in der Urlaubsshow hier. Also bedeutet Urlaub für dich so ein bisschen so Abenteuer und draußen sein? Also weniger so, wie ich jetzt raushöre, der Städtetrip und mal zwei Tage in einem schönen, gestalten Hotel? Also das mache ich auch hier und da gerne. Das ist auch irgendwie, das ist fast dann mehr wirklich Urlaub, weil bei mir halt das Draußensein ja irgendwie immer so eine, irgendwas zwischen Arbeit und Hobby oder Passion ist. Und deswegen ist so Urlaub, ja für mich findet Urlaub relativ selten eigentlich statt, weil ich den Luxus habe, mein ganzes Jahr ist eigentlich irgendwo Urlaub. Ja, stimmt. Verstehe. Wir sind ja noch früh im Jahr. Wir sind jetzt Anfang März gerade. Hast du denn dieses Jahr in deinem Sinne Erholungsurlaub oder Urlaub? Hast du das schon gemacht in diesem Jahr oder steht das noch an? Ich war jetzt gerade ein bisschen quasi mehr auf Erholung, weil ich hatte meinen Knüppel quasi, bin ich umgeknickt mit Steigeisen beim Bergsteigen und da war ich dann mal für vier Wochen quasi außer Gefecht gesetzt und da musste ich dann ruhiger machen. Aber im Moment quasi, ja, habe ich da, ich genieße, wie gesagt, ich wohne hier mitten in den Bergen im Winter und ich schaue hier aus dem Fenster raus, Cé de Mont Blanc, das ist der höchste Berg, den wir in den Alpen haben und ja, das ist quasi, hier machen alle gerade außenrum irgendwie Urlaub und von dem her fühle ich mich auch, wie gesagt, immer so ein bisschen hier im Urlaub. Da zu Hause, wo andere Urlaub machen, Wahnsinn. Du bist ja sehr akribisch und das musst du natürlich bei dem Job, den du hast oder bei dem Hobby, das du hast, was du miteinander verbindest, ja auch sein, sonst würde sowas ja logischerweise nicht funktionieren. Da schreibt man sich doch wahrscheinlich alles oder notiert sich alles bis aufs Detail, ja, oder? Klar, ich habe, also wenn das vom Training, das fängt da an quasi, wo ich ganz strukturiert trainiere, wo ich mit einem Trainer zusammenarbeite, ich habe eine Mentaltrainerin dazu noch, wo ich quasi an dieser mentalen Sache arbeite, was unglaublich spannend ist, weil wir einfach so viel über sich selber lernen und das kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, also da muss man kein Profisportler sein, einfach für diese normalen Sachen im Leben, ob es Beruf ist, Familie, Beziehungen, sich selber kennenlernen, ist das super. Und dann natürlich meine Ausrüstung als anderes ist auch ganz wichtig, wo ich auch ganz akribisch jedes Gramm mir irgendwie überlege, ob das mitkommt dann auf Tour oder nicht und was genau mitkommt, und was ich eben, ja, dann brauche, wo ich auch verzichten könnte auf das eine oder andere. Und da habe ich in tausend Listen quasi über, ja, Ausrüstungsgegenstände, Packlisten, Gewichte von den Sachen und genau, da schreibe ich schon alles immer, ja, sehr genau auf. Und das aber auch nicht einfach nur so, sondern um wirklich dann im entscheidenden Moment, ich habe mich natürlich im Vorfeld des Podcasts so ein bisschen mit deiner Historie am Mount Everest, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen müssen, wie ich finde, weil du hast es zweimal nicht ganz geschafft und hast beim dritten Mal aber mit Sicherheit vieles optimiert. Und dann ist doch so eine Liste oder so Notizen oder ob das in der App oder in welchem Programm du es auch immer machst, mit Sicherheit sehr, sehr wichtig, oder? Ganz klar, das ist super hilfreich und das einfach für, egal was man macht, oder ich, weil sie funktioniere halt so, dass ich nicht da dieses Chaos beim Packen haben möchte, sondern ich möchte quasi wissen, was ich jetzt halt einpacke und dann auch danach der Tour reflektiere, was jetzt wirklich wichtig war, was nicht daraus gelernt habe quasi und dann beim nächsten Mal eben besser sein können. Und natürlich war das mit den drei Versuchen am Everest 2019, 21, 22, ja genau, 21 und 22, habe ich da unglaublich viel optimieren können, von Ausrüstung wie auch zur Taktik dann am Berg, ja. Also, dann lass uns kurz drüber sprechen. Also an der Stelle, ich muss das einfach mal so sagen, auch für die, die vielleicht hier zum ersten Mal einen Podcast mit einem Extremsportler, so kann man dich ja bezeichnen, auch hören, du hast auf dem höchsten Berg dieser Welt gestanden, ja. Und bist da hochgegangen, ganz alleine und ohne zusätzlichen Sauerstoff. Das heißt, niemand hat dir irgendetwas getragen und du hattest auch keine künstliche Sauerstoffunterstützung auf dem Rücken quasi. Also Chapeau, David. Also herausragend, wirklich. Das muss mal gesagt werden. Ja, vielen, vielen Dank. War für mich auch ein ganz, ganz spezieller Moment auf alle Fälle, das dann vor allem nach diesen drei Versuchen eben geschafft zu haben. Und der Gipfeltag da oben dann am Ende war so speziell. Es ist wirklich ganz schwierig, das alles in Worte zu fassen, was da in einem vorgeht. Aber was wirklich das Spezielle war auch, dass ich dann ganz, ganz alleine an dem Tag wirklich am Gipfel war. Also normal sind ja an so einem Gipfeltag dann viele andere Bergsteiger da auch unterwegs. Und ich habe das so geschafft vom Timing, durch meine Erfahrung, die Taktik und das Glück eben, ja, da wirklich dann einen Tag zu erwischen am Ende, wo ich ganz alleine war. Aber ich habe auch das andere Extrem davor erlebt. Da sieht man es, ne? Das ist der Tag, oder? Genau, das ist der Tag da im Mai 2022. Das hier ist sehr kurz vorm Gipfel vom Everest. Im Hintergrund sieht man den Südgipfel. Diesen Grat, der da lang geht, hat dann so eine kleine Kuppel, das ist der Südgipfel. Und an dem bin ich 2019 zum Beispiel bei meinem ersten Versuch eben umgedreht. Das sind dann nur noch 100 Höhenmeter zum Gipfel. Das ist so greifbar nah. Und trotzdem war das damals eben nicht möglich. Ja, ja. Also für diejenigen, die uns jetzt nicht sehen, sondern den Podcast ganz klassisch hören, wir zeigen ja gerade ein paar Fotos von Davids Instagram-Account. Wirklich herausragende Bilder, die du, du hast das Equipment selbst dabei und musst dich dann oder darfst dich dann natürlich auch selbst fotografieren. Das funktioniert dann schon noch in so einer Situation, ja? Genau, das ist also gerade so, dass es funktioniert. Das ist so eine Action-360-Grad-Kamera, die ich dann dabei habe, die auch immer warm bleiben muss. Also die habe ich da vorne unter meiner Daunenjacke quasi immer am Körper dran, dass die warm ist. Das ist draußen immer wichtig, dass die Sachen eben da warm sind, die Elektronik. Und dann hole ich die raus, mache die ein paar Bilder und dann wieder da verstauen. Aber es ist wirklich Wahnsinn, weil jeder Handgriff dort oben verlangt einem so viel Motivation und Willenskraft ab. Einfach einen Reißverschluss aufzumachen, dann irgendwie zu trinken, zu essen, was ja auch stattfinden muss. Viel wichtiger, wie das Bild zu machen oder dann eben ein Bild zu machen. Das ist unglaublich, wie viel Motivation man für diese Kleinigkeiten, die hier unten einfach nebenbei funktionieren, dort oben quasi ja irgendwie gebraucht werden. Und das Bild, das wir jetzt erzählen, also für die Zuhörer auch, also es ist wirklich schön, dort oben fängt man dann an wirklich zu sehen, wie sich die Erde eigentlich so krümmt. Und beim Everest steht man, dann sieht man die eine Richtung in das tibetische Hochplateau, auf die andere Seite quasi nach Nepal raus, ins Himalaya, nach Nepal in das Flachland, aus dem Himalaya hier hinaus Richtung Indien. Und es ist einfach unglaublich, wie weit man da blickt, wenn man gutes Wetter hat. Und ich hatte eben absolutes Glück 2022 mit dem Wetter, wo ganz wenig Wind nur war. Es war unglaublich warm. Ich konnte am Gipfel meine warmen Handschuhe sogar ausziehen und hatte nur so Unterhandschuhe, so dünne Fließhandschuhe noch an und war unglaublich. Aber wie gesagt, ich habe dafür zwei Jahre auch investiert und umgedreht. Genau, wie gesagt, 2019 das erste Mal 100 Meter vorm Gipfel. Dazu gehört dann auch so ein Bild. Sah das damals in etwa so aus? Also was sehen wir hier? Hier sehen wir? Hier sehen wir den sogenannten berühmten Hillary Step, heißt es. Das ist so eine kleine Felsstelle hier in dem Grat. Das Foto ist hier vom Südgipfel aufgenommen, rüber zum Hillary Step und dann den Hauptgipfel sehen wir quasi, wo diese Menschenschlange da oben endet. Und das ist hier jetzt ein Bild mit unzählig vielen Menschen auf einem ausgesetzten Grat, die hier wirklich Schlange stehen, wie wenn es irgendwie, ja, was umsonst geben würde. Aber das ist quasi Schlange stehen zum höchsten Gipfel des Everest. Und das Bild ist ein Tag vor dem Tag entstanden, wo ich dann das probiert war. Und ich bin genau an der Stelle umgedreht und es sah relativ ähnlich noch für mich aus. Und das war der Grund, warum ich dort umgedreht bin, weil einfach zu viele Menschen hier unterwegs waren. Und ich ohne Sauerstoff, ohne quasi dieses Hilfsmittel, kann mir das nicht erlauben, dort oben für Stunden einfach am Fleck zu stehen. Und deswegen war es für mich klar, dass ich da umdrehen muss. Und man kann hier auch nicht aneinander vorbei groß. Jeder ist da so mit sich beschäftigt, selbst wenn die mit Sauerstoff alle unterwegs sind. Also die sind alle hier mit Sauerstoff unterwegs. Und ja, da muss ich einfach dann sagen, okay, da riskiere ich für mich viel zu sehr, wenn ich hier noch weitergehe. Und das ist generell was, was jeder immer für sich quasi hier im Hinterkopf behalten kann kann oder muss, wenn er in die Berge geht, wenn er draußen unterwegs will. Wo sind meine eigenen Grenzen? Auch in dem Sinne, in welcher Spielform ich hier unterwegs bin. Bin ich mit Sauerstoff oder ohne? Habe ich eine warme Jacke dabei oder nicht, wenn ich jetzt hier in den Alpen unterwegs bin? Wo ich dann sagen muss, okay, vielleicht muss ich da einfach früher umdrehen, wie jemand, der eventuell mehr Erfahrung hat, eine andere Ausrüstung hat. Und das muss ich eben respektieren und muss da wirklich für mich selber diese Entscheidung finden und nicht quasi schauen, was alle um mich herum machen. Weil wenn ich das in dem Moment gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht hier und könnte hier einen schönen Podcast aufnehmen, sondern würde ich sicher da oben noch sitzen, wenn ich da einfach zu lange quasi mich in die Schlange gestellt hätte. Aber trotzdem, ganz ehrlich, ich muss dich das fragen, du warst perfekt vorbereitet, du warst kurz davor, du konntest den Gipfel, naja, fast anfassen, das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Aber du weißt, was ich meine. Du bist doch runter und warst unheimlich demotiviert, oder? Ehrlich gesagt, ganz im Gegenteil. Ich war so motiviert, dass ich das sofort nochmal probieren wollte. Ich wusste, ich brauche eine Zeit, um mich auszuholen und nochmal vielleicht ein paar Stellschrauben wieder zu verbessern, daraus zu lernen, aus dem Umdrehen. Aber ich habe so viel über mich selber gelernt und wie der Berg dort oben ausschaut, wie das funktioniert, wie ich dort oben funktioniert, dass ich noch diese Entscheidung treffen kann, umzudrehen, war für mich so viel Sicherheit plötzlich da. Ich war davor, das Höchste war 8.500 und jetzt war ich 8.800 fast, also 8.750, um genau zu sein. Und da meint man, okay, diese 250 Meter machen keinen großen Unterschied, aber da oben macht es einen gewaltigen Unterschied. Und dieses Wissen jetzt zu haben, dass ich da oben diese Entscheidung treffen kann, war für mich so motivierend und so gut. Und ich hatte wirklich keinen Groll auf die Menschen, die dort oben alle irgendwie Schlange stehen. Das ist jedem sein Recht, es zu probieren in dem Stil, wie er meint, dass er es machen kann. Für mich ist es nicht der richtige Stil, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und von dem her habe ich da überhaupt keinen Groll auf die Menschen gehabt, die da an dem Tag oben waren. Und im Nachhinein, wie gesagt, das Geschenk, das ich dann 2022 bekommen habe, einen Tag mit niemandem dort oben ist, wo ich sage, okay, das ist irgendwie, man muss auch manchmal einfach ein bisschen diese Geduld haben, in diese großen Träume zu investieren. Und da nicht zu, wir, mittlerweile sind wir in dieser, eine Gesellschaft, die alles immer sofort will, aber wenn man einfach mal Jahre in ein Projekt investiert hat, was man dann zurückbekommt, wenn es klappt, ist so viel kostbarer, ist so viel mehr wert. Sehr starke Einstellung, vor allen Dingen im Verhältnis zu denjenigen, die 2019 der langen Schlange vor dir standen. Aber ich muss noch mal auf die Zahlen kommen. Du sagtest 250 Meter, das wäre die Strecke, die gefehlt hätte und das aber auf 98 oder 100 Höhenmeter verteilt, richtig? Genau, also von der Strecke genau ist irgendwie sowas in der Distanz. Also das ist unglaublich wenig, aber es dauert dort oben einfach Stunden. Man bewegt sich so, so langsam. Also das ist, ja, das kann man sich hier nicht vorstellen. Und wer mag, kann gerne mal in meinen Instagram-Account schauen. Das sind ein paar Videos von damals. Dann sieht man, wie ich mich dort oben bewege. Und wirklich, gerade dass ich mich vorwärts bewege und nicht rückwärts so ungefähr. Ja, 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 kann ich bestätigen. Kann ich wirklich nur jedem von euch hier draußen empfehlen. Schaut euch das an. Ich bin fast drin versunken in seinem Account gestern. Das sind einfach faszinierende Bilder. Das ist einfach, Berglandschaft ist fasziniert. Ja, einfach draußen ist, denke ich, was fasziniert. Und daher kann ich nur jedem, ja, das Rad mal ausprobieren. Und das muss nicht ja gleich der Everest sein. Ja, das stimmt. Da sprechen wir gleich noch mal drüber, wie jeder vielleicht auch kleine erste Schritte machen kann vor der Haustür, vielleicht auch im Sauerland oder im Schwarzwald. Aber noch abschließende Frage zu den Menschen, die in der Schlange dort stehen. Hast du so einen Anhaltspunkt für uns? Was muss man da als, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher an Budget aufbringen? Und was muss man zu leisten imstande sein, an so einer touristischen Expedition aufs Dach der Welt zu kommen? Also, wenn man jetzt halt mit einem kommerziellen Anbieter geht, quasi mit dieser Unterstützung, das fängt irgendwo an bei 50.000 quasi für so eine Expedition. Aber da ist jetzt halt, da würde ich noch sehr vorsichtig sein mit so einem Preis. Einfach welche, da sind sehr wenig Sicherheiten in dem Sinne drin. Und dann sprechen wir irgendwo so um die 80.000 oder sowas, wo man sagt, okay, da passt alles. Oder 70.000 und dann geht es nach oben. Es werden Pakete verkauft, die irgendwie 300.000 kosten. Da sind dann unendliche Mengen Sauerstoff dabei. Bei irgendwie zwei persönliche Sherpas, die einem alles am Berg quasi machen und helfen. Helikopterflüge von A nach B und so weiter. Genau, also nach oben gibt es da quasi kein Limit. Okay. Und dann zum zweiten Teil der Frage, was man können muss, ist eben unglaublich wenig. Also wenn man hier irgendwie sich halbwegs, wenn man in Halbmarathon mal irgendwie gelaufen ist, egal in welcher Zeit, dann würde ich eigentlich immer sagen, okay, du wirst es auch mit den Hilfsmitteln dann wie Sauerstoff und Sherpa-Support auf den Everest-Pass schaffen. Und das sehe ich auch, wenn ich mich dort im Basislager bewege, wo Leute, die findet man eben dort auch, die halt zum ersten Mal in ihrem Leben Steigeisenhahn haben und zum ersten Mal auf einem Berg unterwegs sind. Und die machen den Everest, ja. Krass. Und dann noch die 100.000 Euro mitbringen und dann stehst du auf 8.848 Meter Höhe, oder? Genau. Und am Ende muss das, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden, ob das ist wirklich, was er will und warum man das macht. Und da versuche ich generell, ja, ein bisschen aufzuklären und hoffe da irgendwie Vorbild zu sein, dass man genauso lieber sein Glück an einem Sechstausender findet und dadurch aber die Herausforderung der Natur einfach wirklich hier ehrlich annimmt, anstatt sich irgendwie, ja, da irgendwie hoch zu schummeln in dem Sinne. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Und schlussendlich gehört die Natur jedem und jeder darf sich darin bewegen. Und welcher Hilfsmittel er sich bedient, das sei dann, wie du sagtest, jedem selbst überlassen. Genau. Jetzt sag ich dir... Solange, einen kurzen Zusatz noch, solange wir das eben nachhaltig, möglichst nachhaltig machen eben. Oh ja. Und das ist das andere, wo natürlich, ja, wir auch noch sehr, sehr viel besser werden müssen und da bin ich auch nicht perfekt natürlich. Ja, ja. Einfach durch die, durch mein, ja, ich reise dorthin und das ist alles, ja, verursacht irgendeinen Fußabdruck, ja. Absolut. Du hast eben schon ein paar Mal deinen Stil angesprochen. Für diejenigen und Bergsteiger, das muss man einfach sagen, das ist eine Nischensportart, das ist jetzt nicht Fußball oder Handball. Ja. Es gibt verschiedene Stile. Kannst du da ganz grob was zu sagen und insbesondere, was ist dein Stil? Also es geht einfach darum, wie viel Unterstützung ich an den Bergen irgendwie akzeptiere für mich selber oder jeder eben. Und das ist eben, das eine Ende des Spektrums ist eben, dass ich einen Bergführer habe, das ist ja auch mein Beruf, dass ich einen Bergführer habe, Leute, die mir Sachen tragen, die dann, wenn es in die Höhe geht, eben Sauerstoff benutzen, all das. Oder ich bin so weit quasi in meiner, in meinem Wissen und meinem Können, dass ich die Sachen alle alleine machen kann und mein Ziel meinem Wissen und Können anpasse. Und das heißt dann quasi, dass ich eben ohne diese Hilfsmittel unterwegs bin, wie Sauerstoff, wie Sachen, wie Träger, einem Bergführer. Und genau. Und mein Stil ist einfach, ja, ich habe mit sieben angefangen mit dem Bergsteigen und bin da ganz, ganz langsam über diese vielen Jahre eben mit groß geworden und habe mich an diese hohen Berge da ganz, ganz langsam herangetastet. Und von dem her war auch für mich immer klar, dass ich in dem sogenannten Alpinstil, das ist quasi, wie wir hier in den Alpen eben unterwegs sind, auch in den großen Bergen unterwegs sein möchte. Und das heißt eben keine zusätzlichen Hilfsmittel wie Sauerstoff oder Träger vor allem. Und genau so hast du schon sechs Berge über 8000 Meter Höhe bestiegen, erklommen, wie sagt man es? Ja, bestiegen, bestiegen. Ja, gut. 14 gibt es, glaube ich, ne? Ich meine, 14.8000 gibt es auf der Welt. Wie viele hast du auf der Bucketlist noch? Ich habe jetzt, würde ich sagen, noch so vier. Da habe ich so Träume und Projekte irgendwie. Ob ich dann alle mache am Ende, ja, ist für mich im Moment überhaupt nicht wichtig. Und es ist, wie gesagt, für mich ist es nicht so, dass ich da irgendwie Haken dran machen möchte, sondern ich habe an diesen Bergen immer irgendeine Herausforderung, die für mich spannend ist, die mich motiviert. Und so suche ich mir meine Ziele aus, meine Berge. Und wie gesagt, es gibt so viele schöne 7000er, 6000er, wo ich auch noch so viel quasi... Die Liste ist endlos lang. Ja, und die manchmal ja auch für einen Bergsteiger, obwohl ich keiner bin, aber man kann ja auch vieles lesen, manchmal herausfordernder sogar sein können, als der ein oder andere 8000er. Ja, ganz, ganz sicher. Also wie gesagt, es gibt viel schwierigere 6.000, 7.000er als jetzt den Everest-Normalweg. Je nachdem, in welchem Stil ich den eben mache. Jetzt haben wir über 8000er gesprochen, über deine drei Aufstiege auf den Mount Everest. Einmal mit einem herausragenden Ende im Mai 2022. Wir haben aber auch schon darüber gesprochen, dass wir den einen oder anderen da draußen motivieren wollen, auch was zu tun und vielleicht auch mal so ein bisschen bergig unterwegs zu sein. Wie motivieren wir denn Menschen? Also ich beobachte manchmal so viel, dass sie sagen, oh Gott, das ist ja da hoch. Boah, das wird schwierig für mich. Das traue ich mir nicht zu. Aber eigentlich ist es doch relativ einfach, wenn man erst mal mit kleinen Schritten anfängt und überhaupt erst mal wandern geht, oder? Oder wie siehst du das? Ganz genau. Ich meine, darum geht es ja, dass man diese kleinen Schritte quasi, die am Ende auch ist, wenn ich an meinem Everest denke, wie klein meine Schritte und wie viele ich da gebraucht habe, um auf den Gipfel zu kommen. Da muss man dran glauben, dass diese kleinen Schritte einen einfach ein bisschen immer vorwärts bringen. Und dann habe ich einfach noch niemanden gesehen, der, wenn dann mal auf irgendeinem erhöhten Punkt gestanden ist und diese Aussicht genossen hat, egal von wo das ist, irgendwie ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück empfunden hat. Oh ja. Und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, das mal auszuhobieren, da rauszugehen und einfach diesen ersten Schritt, der ja oft der schwierigste ist, den zu wagen und dann schauen, wie sich es entwickelt. Und nicht quasi, man kann mit, für mich ist es auch so, ich brauche so ein großes Ziel, einen großen Traum, den ich da irgendwie vor mir habe. Aber oft sind es Jahre weg und ich weiß, es braucht viele, viele Jahre, um das zu erfüllen. Aber ich habe den, um diesen Anfangsfunken irgendwie an Motivation zu bekommen und dann genieße ich aber einfach den Prozess dorthin zu kommen, den Weg dorthin zu kommen. Und das ist, wo ich dann jedem nur raten kann, sich auf diesen Weg zu begeben und da einfach diese Erfahrung zu machen und schauen, wie sich das anfühlt, da draußen in der Natur unterwegs zu sein. Wir müssen auch über Ausrüstung kurz sprechen. Nicht über deine Ausrüstung, um Gottes Willen, die ist bei dir extremst wichtig, aber ganz viele Dinge, die du hast, die braucht derjenige, der erstmal vielleicht mit seiner Familie, zeichnen wir mal diesen Case, Familie, zwei Kinder vielleicht, so Mittelgebirge, Mitteldeutschland irgendwo, sagt, hey komm, am Wochenende, wir starten mal. Lass uns mal drei, vier Stunden raus, vielleicht auch ein paar Höhenmeter, was werden das sein, 100, 200 irgendwo. So, was ist da wichtig? Also reicht dann noch ein guter Turnschuh oder sagst du, hey, das muss direkt ein ordentliches Schuhwerk sein und eine Funktionshose? Also ich denke, das kommt zurück zu dem Punkt, wo wir schon mal waren, auch bei mir, wo man sagen muss, okay, ich muss die Ausrüstung, quasi mein Ziel und die Ausrüstung irgendwie zusammenbringen und das respektieren und ich kann mit einem normalen Turnschuh irgendwie was machen und Wandergehen das ausprobieren, aber muss halt dann akzeptieren, wenn der Weg plötzlich sehr viel anspruchsvoller wird, als ich gemeint habe und plötzlich Schnee irgendwie zum Beispiel auftaucht im Frühjahr oder im Winter irgendwie, wo ich dann nicht sehr, wo es rutschig wird, dass ich sage, okay, hier muss ich halt dann akzeptieren, dass meine Ausrüstung jetzt halt nicht optimal ist für das und ich muss halt dann umdrehen und das ist okay und das muss ich respektieren und dann kann ich mit der Ausrüstung, die ich habe, einfach mal schauen, was möglich ist, aber das im Hinterkopf haben eben, okay, ich muss umdrehen und dann natürlich, wenn man viel unterwegs ist oder häufiger, dann sollte man natürlich irgendwie ein bisschen festeres Schuhwerk, eine Bekleidung, die natürlich irgendwo regensicher, windsicher, Wetterschutz einfach bietet. Generell rate ich auch immer, dass man sich ein bisschen informiert quasi, wo ich heute lang gehe, also einfach eine Karte sich anschaut, heutzutage ist alles irgendwie sehr einfach im Internet zu bekommen oder auch bei manchen Wanderungen am Ausgangspunkt ist eine Karte, die da irgendwie zeigt, wo ein Weg ist, mach ein Foto davon, dann habe ich das quasi auf der Wanderung dabei und kann mich da eventuell orientieren und dann einfach auch wichtig, dass man sagt, okay, ist mein, habe ich ein System dabei, wo ich, wenn was irgendwie schief gehen sollte, ich quasi um Hilfe rufen kann. Das ist einfach sehr wichtig. Wir sehen es einfach immer wieder, dass die Leute mit einem 10% Akku irgendwie an den Start gehen und dann irgendwie in Bergnot geraten und dann ja einfach daran scheitert oder das Ganze viel schwerwiegender wird an den Konsequenzen, wenn sie jetzt einfach einen Notruf absetzen haben können. Okay, das war jetzt mal so der Fall, so Familie, Einsteiger, Mittelgebirge. Also da hat es, glaube ich, sehr, sehr viel motivatorischen Kick, den man einfach nur braucht und dann kann man einfach mal machen. Also das wird schon relativ easy funktionieren, denke ich. Genau. Ab welchem Punkt kommst du als geprüfter und ausgebildeter Bergführer ins Spiel? Ist das, wenn ich zum Beispiel sage, hey, mit zwei, drei Kumpels, ich möchte mal zumindest mal auf die Zugspitze. Brauche ich dich dafür? Oder bist du dafür der richtige Mann? Klar, da ist dann gut, wenn man jemanden mit dabei hat, wenn man nicht selber diese Erfahrung eben hat und das Wissen, der dann einem die Sicherheit gibt, dort unterwegs zu sein. Und dann, wie gesagt, kann man da natürlich, der Vorteil ist einfach, wenn man einen Bergführer oder einen Wanderführer mit hat, dann kann man eben diese eigene Grenze sehr viel weiter verschieben, sehr viel schneller verschieben, wie wenn man das selber macht, wenn man quasi immer in einem Risikobereich sein möchte, der für mich irgendwie gegeben sein muss und okay ist. Natürlich, wenn man absoluter Kamikaze-Typ ist, dann kann man das auch alles selber learning by burning, sagen wir dazu irgendwie, machen. Und dann wird man aber halt eben, man muss sich einfach bewusst sein, in den Bergen, in der Natur, ist es was anderes wie auf einem Fußballplatz, wo man einfach ein Spiel verliert, wenn man irgendeinen Fehler macht, sondern man hat halt immer sehr schnell einfach sehr schwerwiegende Konsequenzen, die da eintreten können. Von dem her, es ist ein wunderschönes Spiel. Das fängt mit Klettern zum Beispiel in der Kletterhalle an, wo man sehr viel lernt. Also ich rate jedem, seine Kinder das mal ausprobieren zu lassen in dem Rahmen, wo ein Trainer mit dabei ist, ein Klettertrainer, weil man unglaublich viel über Verantwortung und sein eigenes Körpergefühl lernt. Aber wie gesagt, es hat einfach sehr krassere Konsequenzen, wenn was schief geht. Aber das muss man sich bewusst sein und dann ist es ein wunderschöner Sport. Und das bis zum Parkplatz. Und zwar, wenn man erst wieder zurückkommt. Also das Ganze hört nicht am Gipfel oben auf, sondern ich muss auch auf dem Weg runter noch ein bisschen aufpassen. Genau, klar. Das ist das andere, dass die Halbzeit ist bei uns der Gipfel und nicht das Ende vom Spiel, sondern dann muss man eben runter, was auch sehr viele immer unterschätzen. Und gerade, wenn man neu ist, einfach da noch sehr viel Reserve lassen und immer so nur die zehn Spitzen quasi über diese Kante des Unbekanntens irgendwie hängen lassen und nicht zu weit vorbeugender. Du hast gerade eben Kinder angesprochen und hast auch Kletterhallen angesprochen. Ist das also, ich meine, Kinder auf der einen Seite, das ist, glaube ich, ganz normal, gehen sowieso viel unbedarfter an ganz viele Dinge heran als, ich sage mal, verkopfte Erwachsene, die vorher irgendeinen Plan machen. Kinder, glaube ich, kann man da einfach mal mitnehmen auf diese erste Wanderung, die wir eben angesprochen haben. Aber Kletterhalle, ich habe mir deinen Instagram-Account auch durchgeschaut und du hast zuletzt ein ganz tolles Erlebnis gehabt, was mich auch tief berührt hat, du bist mit krebskranken Kindern in der Kletterhalle gewesen. Erzähl mal davon. Genau, das war einen superschönen Tag, den ich da erleben durfte und wurde eingeladen eben von der Initiative für krebskranke Kinder in München, Kona, einen Tag quasi mit Kindern in der Kletterhalle zu verbringen und danach noch so Bilder und Eindrücke vom Everest zu zeigen. Und das war unglaublich, wie, erstens, wie generell bei Kindern, so wie du gesagt hast, es ist einfach, wie man sieht, wie wir als Menschen einfach dieses Bewegungsmuster klettern und uns so festhalten, irgendwo, ja, drinnen haben und wie Kinder damit so unbedarft, ja, umgehen. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch respektieren, wenn jemand Angst hat und den darf man nicht so weit pushen da. Und mit den Kindern, die Unglaubliches erlebt haben und durch so viel Leid durchgegangen sind, wie die quasi in diesen zweieinhalb Stunden Klettern absolut quasi das irgendwie vergessen können, und weil man einfach beim Klettern gezwungen ist, sich einfach auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, was sehr, sehr schön ist. Und weil, ja, es war ein unglaublich schöner Tag und danach noch die Erzählungen vom Everest mit denen zu teilen und die Begeisterung zu sehen und, ja, gibt mir dann auch unglaublich viel zurück. Und es ist schön, das zu sehen, dass ich das quasi, ja, bei denen irgendwie, ja, die da so erreichen konnte und den Tag da zusammen erleben haben dürfen. Voll. Also eine wunderbare Initiative, die Initiative für krebskranke Kinder in München. Wir geben auch den Link dazu mal bei uns in den Shownotes an. Sowas kann man nicht oft genug erwähnen, denn das kann jeder gerne unterstützen, wenn er mag. Super, danke, ja. Kinder mitnehmen, haben wir gesagt, geht. Kinder sind unbedarft, haben Lust, ja. Es muss ja nicht gleich immer Nepal und der Himalaya sein. Darüber haben wir auch gesprochen. Wie inspirierst du dich denn jetzt, wenn du sagst, hey, ich will jetzt mal wirklich mal ein bisschen was anderes sehen und will mal irgendwo was anderes erleben. Wie machst du das? Wie inspirierst du dich? Ich bin relativ leicht quasi zu begeistern. Was immer, es ist irgendwie, also ich, egal welche Sportart zum Beispiel, bin ich sofort mit dabei am Anfeuern. Und ob ich das selber mache, ist was anderes, weil manche Sportarten sind dann schwierig quasi da anzufangen und auch einfach von der Zeit her, aber da bin ich leicht. Aber ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, Ausrüstung selber zu nähen und Rucksäcke zu bauen, Zelte zu bauen. Und da kann ich natürlich mit meinen Sponsoren, arbeite ich da zusammen, aber lerne das mir selber. Und dann schaue ich mir YouTube-Videos irgendwie von irgendwelchen quasi älteren Damen, die irgendwie Nähmaschinen-Tipps quasi weitergeben an und ist total, total faszinierend. Und ich denke mir, oh mein Gott, ja, ein Leben lang an Erfahrung an so einer Nähmaschine irgendwie. Und also wie gesagt, ich bin da relativ einfach zu begeistern. Und ich glaube, mich begeistert generell einfach, wenn ich sehe, dass jemand Leidenschaft in irgendwas hat. Und das ist irgendwie für mich sehr ansteckend, ja. Okay, dann stelle ich die Frage ein bisschen anders, denn wir haben ja am Ende unserer Urlaubsshow Hallo Urlaub immer so ein kleines Spielchen. Ich packe meinen Koffer oder vielleicht deinen Trolli oder wahrscheinlich bei dir eher der ultramoderne Rucksack für meine nächste Reise, die dich wohin führen wird? Also meine nächste Reise geht hoffentlich nach Pakistan ins Karakorum. Oh wow. Genau, und da bin ich gespannt. Da müssen auch so die letzten paar Entscheidungen getroffen werden, ob das wirklich stattfindet, aber es schaut relativ gut aus. Und da bin ich ja sehr, sehr motiviert drauf. Schön. Und natürlich sind nicht nur drei Dinge mit dem Koffer oder dem Rucksack, aber dann nenn uns doch mal so drei Dinge, wo wir vielleicht nicht so erwarten würden, dass du sowas mitnimmst. Also ich habe immer so einen kleinen, das ist von Garmin in Reach heißt es, so ein Satellitenkommunikationsdingen dabei. Das habe ich auch hier in den Alpen, wenn ich kein Handynetz habe, dann kann ich dort Notrufe absetzen. Aber auf Expedition, da ich so lange unterwegs bin, ist es so meine Methodik, mit Familie, Freunden in Kontakt zu bleiben, was mir dann auf Expeditionen schon abgeht. Und das ist quasi, was ich dabei habe. Das ist wirklich so Zigarettenschachtel, das darf man hier nicht sagen, groß, kennt keiner mehr. Aber es ist wirklich sehr, sehr klein und da kann man einfach so klassische 160 Zeichen SMS quasi hin und her schicken. Und das ist so eine Sache, die immer da in dem Koffer oder in dem Rucksack mit dabei ist. Okay. Und ein, zwei andere Dinge, vielleicht noch, bist du ein Buchfreak? Nimmst du auch mal ein Buch mit, wenn du abends irgendwie mal Zeit hast oder so? Ich habe mittlerweile, die Bücher sind quasi relativ unromantisch, auch quasi bei meinem iPhone irgendwie drauf. Also in den Rucksack. Weil einfach jedes Gramm ja immer irgendwo zählt, da unterwegs zu sein. Und da habe ich schon Bücher dabei, aber mittlerweile lade ich mir davor immer Podcasts runter und höre eigentlich viel lieber eben Podcasts, da bin ich hier ein großer Fan von eben. Und dann, was auch noch immer dabei ist, ist so ein kleiner, das ist so eine Kette, also keine Kette, ist aus einem roten Zwirn und das habe ich, das ist ein Glücksbringer von einem Lama aus Nepal, wo man bei so einer Putscha, das ist so eine Zeremonie eben vor einer Expedition immer, und da bekommt man das und da habe ich einen, der speziell quasi ist für mich einfach von den Erlebnissen und den habe ich dann auf Expeditionen immer um Hals und ist quasi mein Glücksbringer da und ohne den würde ich auch nie auf Expeditionen gehen. Wow, und den darfst du auch niemals bitte verlieren. Den musst du ja immer wieder mit nach Hause bringen. Genau, daher gehe ich mir große Mühe. Und wir haben eben schon, wenn man das jetzt mal transferiert, auf denjenigen, der hobbymäßig mal so ein bisschen unterwegs ist, da hast du, glaube ich, den wichtigsten Tipp eben schon fast mitgegeben, nämlich das Handy nicht nur mitnehmen, sondern das muss auch geladen sein und der Akku muss noch ausreichend voll sein, oder? Das ist ganz wichtig, ne? Genau, das sollte man einfach kurz abklären und wie gesagt, im Idealfall, wie gesagt, passiert da nichts, aber wenn dann was passiert, dann ist es einfach echt, ja, ist schon fast fahrlässig, da ohne Kommunikationsmittel irgendwie am Berg unterwegs zu sein heutzutage. Lieber David, das hat richtig Spaß gemacht mit dir heute, über Höhenbergsteigen, über das Dach der Welt, über Kletterhallen, über Chancen und Möglichkeiten für Kinder, für Familien draußen zu sein, zu sprechen. Vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Und ich hoffe, dass wir viele inspirieren konnten, da rauszugehen und wie gesagt, einfach diesen ersten Schritt zu wagen. Absolut. Jetzt ganz kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wir haben ja noch eine zweite Podcast-Show, die heißt Hallo. Und da sprechen wir regelmäßig, liebe Podcast-Fans, da draußen mit Prominenten aus dem Fernseh- und Showgeschäft. Bernhard Ruecke hat uns vor kurzem besucht. Natascha Ochsenknecht war bei uns zu Gast. Also hört auch da mal rein. Hallo von Prisma. Ja, und ihr, lieber David, nochmals vielen, vielen herzlichen Dank und pass am Berg bitte immer richtig, richtig gut auf dich auf. Das musst du uns allen versprechen. Verspreche ich euch. Ich gebe ihr Mühe. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wurde euch präsentiert von Berge und Meer, Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Reisedräume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-meer.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen nochmals Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an Berge und Meer. Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.